Video mit dem Eddie Bektasi. Eddie, was meinst du zu dem Spiel? Ja, das Spiel war jetzt nicht das beste Spiel von uns, aber schlecht spielen und gewinnen hat auch was zu sagen. Jetzt sechstes Spiel in Folge, oder? Jetzt wird es so langsam kriminell, oder? Ja, also Qualität haben wir, um jedes Spiel zu gewinnen natürlich. Und ja, das sieht man bis jetzt im Spiel in Folge, die gewonnen. Wir haben einen großen Kader mit wirklichen Spielern, die immer zu ersetzen sind, 1 zu 1, wo wir von der Bank kommen. Und ich glaube, das wird uns in der Saison viel helfen. Okay, Eddie. Ja, danke. Ciao. Ciao.